Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der SMT Nürnberg. Ich stelle Ihnen heute vor, Herrn Ernst Eggler von der Firma Mikrotronik. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns reden. Gerne. Stellen Sie erst mal die Firma vor, was ist Mikrotronik? Also Mikrotronik ist in Deutschland ansässig. Wir sind traditionell ein Handelshaus mit einem Fokus auf die lötende Klientel. Und wir haben auch ein schönes Portfolio an Qualitätssicherungsequipment, womit wir unsere Kunden beim Löten und hinterher bei der Qualitätsüberwachung sehr gut beraten und auch helfen können. Und die Firma Mikrotronik hat angefangen rein als Distributor? Das ist korrekt, ja. Und Sie gehen jetzt in Richtung, auch eigenes Produkt anzubieten? Korrekt. Die Firma wurde vor 30 Jahren von meinem Vater damals gegründet. Und wir haben letztes Jahr hier auf der Messe einen Prototypen vorgestellt von einem neuen Lötbarkeitstester, der angepasst an die neuen Anforderungen, die im Markt sind, auch weitere Testmöglichkeiten bietet, als was bisher verfügbar war. So konnten Sie bisher mit den Produkten, die es gibt, nur einen Load-Bart-Test oder mit Load-Kugel testen. Wir haben das Ganze weitergetrieben. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auch mit Ihrer Leiterplatte, Ihrer Paste und dazu Ihren Bauteil zu testen. Das Ganze prozessnah, wie es in der Fertigung ist. Und diesen Test simulieren wir praktisch, was Sie in der Fertigung haben. Und Sie können dann einzelne Komponenten tauschen, wie das Bauteil oder die Leiterplatte und das Ganze vergleichen, damit es eben prozessnah auch eine Evaluierung gibt. Zusätzlich dazu bieten wir auch Ultraschall-Mikroskope eines amerikanischen Herstellers an, die wir in ganz Europa vertreiben. Da machen wir auch Schulungen, Support, alles, was nötig ist. Und bieten das auch als Service an. Also wenn ein Kunde sagt, er will diese Produkte nicht selber kaufen oder sich das Know-how nicht ins Haus bringen oder sonst was, können wir das als Service anbieten. Das heißt, in-house bei Ihnen in der Firma kommt dann ein Kunde, sagt, ich habe hier diese Platten, die ich testen möchte, dann können Sie das auch in-house machen. Das ist korrekt, ja. Oder später kann er dann auch diese Platten oder die Bauteile schicken und wir schicken die zurück mit den Ergebnissen. Und das Thema Test und Qualität ist ja ein sehr heißes Thema hier in der Branche. Ist es etwas, was in den letzten Jahren zugenommen hat an Wichtigkeit? Definitiv. Speziell seit wir kein Blei mehr verwenden dürfen, ist das Prozessfenster ja sehr gering geworden. Auch die Lebensdauer der Komponenten ist bei weitem nicht mehr das, was es früher mal war. Und dadurch eben im Bereich Löten passieren immer mehr Probleme. Die Lötung an und für sich ist ein Problem, die Temperaturen werden größer, die Bauteile gehen durch diese Temperatur leichter kaputt beim Löten, was dann wieder mit den Ultraschallmikroskopen zusammenhängt. Teilweise gibt es im Markt abgekündigte Bauteile, die nie dafür gedacht waren, so heiß zu werden. Das produziert, also macht unseren Kunden riesen Probleme. Und da haben wir teilweise auch Beratungsverträge, dass wir denen helfen, okay, den Lötprozess anzupassen oder was halt möglich ist, um dann trotzdem mit diesen Komponenten noch was zu machen. Und gleichzeitig die Evaluation hinten danach, ob es auch dann wirklich zum Schaden geführt hat oder nicht. Und die Entscheidung dann, selbst ein Produkt einzuführen, was Sie jetzt selber herstellen, spielte das eine große Rolle? Weil vorher war es ja ein Produkt von einer anderen Firma, jetzt machen Sie es selber. Wie wichtig war die Entwicklung im Markt, dass Sie jetzt selber dieses Produkt anbieten? Wir sehen das als sehr wichtig, weil unsere Kunden haben ziemlich lange schon nach bestimmten Featuren und Verbesserungen gefragt. Auch diese ganze Geschichte, dass wir das Prozess nahe gestalten, diese Testmethode, war neu. Und das war immer vom Kunden ein Wunsch, wurde immer stärker. Gerade jetzt mit Bleifrei. Leider hat uns der Lieferant da nicht ganz unterstützt. Und darum haben wir unsere langjährige Erfahrung genutzt, haben selber dieses Gerät entwickelt, haben, wie Sie sagten das ja schon, anfangs den Prototypen letztes Jahr vorgestellt. Und soweit ist die Akzeptanz im Markt viel besser, als wir ursprünglich erwartet hatten, was uns natürlich freut. Wir haben die ersten Geräte an selektierte Kunden ausgeliefert, die uns auch noch helfen mit der Verbesserung der Software, mit ihren Ideen. Weil sie können testen und sich einfallen lassen, was sie wollen. Es gibt immer bessere Sachen. Haben die Software größtenteils jetzt danach hin angepasst und fangen jetzt an, wirklich die ersten Maschinen an Kunden zu liefern. Können aber momentan mit den Angefragten nicht mit der Produktion Schritt halten. Das ist zwar nicht vorteilhaft für den Kunden, aber natürlich sehr gut zu hören, dass es da einen Riesenbedarf für gibt. Doch. Jetzt sind wir auf der SMT und ich nehme an, Sie stellen auch diese Maschine oder das Produkt hier vor. Was erhoffen Sie sich über die nächsten drei Tage? Wir erhoffen uns auf der einen Seite unsere bisherigen Kunden zu sehen, mit denen wieder ein bisschen Kontakt zu haben, die wir nicht immer besuchen können und neue Kunden darüber zu informieren, was wir zu bieten haben. Und wo kann man sich Informationen jetzt, wenn jemand nicht zur SMT Nürnberg kommt, wo kann er sich die Informationen holen? Ich nehme an, Sie haben Internet präsent. Natürlich, www.mikrotronik.de. Da haben wir alle unsere Produktgruppen und auch die Lieferanten abgebildet, teilweise verlinkt. Und die Informationen dort sind sehr umfangreich. Ansonsten natürlich auch gerne telefonisch oder persönlich. Abschließend, kleine Anmerkung zum deutschen Markt oder jetzt Ihren Kunden, die Sie nicht nur in Deutschland haben, sondern auch europaweit, wo sehen Sie die Entwicklung, wo geht die Branche hin? Ist es ein Aufschwung, hobbeln wir weiter ein bisschen entlang oder was ist Ihrer Meinung nach die Entwicklung in der Branche? Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Branche des Kunden an, wo er ist, weil Elektronik wird ja in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Aber generell können wir sagen, dass unsere Kunden einen Aufschwung haben. Der Markt ist sehr stark, vor allem in Deutschland. Aber auch in zum Beispiel Russland kann man im Moment beobachten, dass wieder investiert wird. Unser Büro dort ist momentan extrem gefordert. Also wir sehen die Zukunft positiv. Sie haben ein Netzwerk an Büros innerhalb von Europa? Wir haben eine Beteiligung in einem Büro in Russland und wir haben Vertreter in Europa. Also auch lokal präsent, dass die Kunden vor Ort einen direkten Ansprechpartner haben. Korrekt, ja. Auch diese Adressen sind auf unserer Homepage gut zu finden. Gut, dann vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Noch viel Glück mit den nächsten drei Tagen hier in Nürnberg auf der Messe. Danke nochmal. Danke auch. Tschüss. 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 Tschüss.